Willkommen zurück meine lieben Zuschauer bei Dust and Elysian Tale. Ja und in der letzten Folge haben wir Fuse, den Mondblüter, unseren ersten richtigen Boss besiegt. Aber das war jetzt wirklich so ein Sieg nach allem was er uns über Dusts Vergangenheit erzählt hat. Dass Dust nur ein Mörder und eine Assassine war. Und trotzdem ist Fidget darüber froh, dass wir es geschafft haben. Hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht. Mhm. Ja. Oh, eine neue Fähigkeit? Hey, Fidget kann neue Geschosse. Mhm. Wird ihr dann einen Geschosstypen erhalten? Wow. Das ist cool. Und ja, wir sind jetzt hier unten reingestürzt. Das heißt, wir müssen diesen Weg hier zurücknehmen, wohl oder übel. Ja, noch mehr Monster. Und was ist das Problem? Well, you did say they were his children. Ich glaube nicht, dass er es sich meinte. Children are not. They don't look all that happy to see us. Da hat das dann auch... Hey, ugly! Are you gonna play nice? Sicher nicht. There's just no please in some people. Ja. So, versuchen wir mal, das hier zu machen. Das sieht nämlich cool aus. Einfach mal so zu verbrennen. Oh, und eine neue Nachricht. Und einen Schlüssel. Okay, da könnten wir zurückgehen. Guck mal, hier ist mal die Nachricht. Bisschen aktualisiert. Grubenheim liegt die in Ruinen, aber du hast ein Zettel von einem Mädchen namens Sahari gefunden, der in Moskau interessiert ist. Bring ihn zurück nach Aurora. Haben wir? Ah ja, Saharis Brief. Mein liebster Moskau. Hier passiert etwas Schreckliches. Das Dorf steht in Flammen und alle schreien. Wenn du diesen Brief hier findest, werde ich mich an unserem geheimen Ort versteckt halten. Bitte beeile dich. Okay, wir haben was gefunden. Und so würden wir hierher zurückkommen. Das sieht richtig im wahr aus, wenn Fidget ihren Independence Todesstrahl macht. Die Flammensäule. Ich habe da vielleicht eher an einen Flammenwerfer oder so gedacht. Warum kippe ich mich jetzt eigentlich gerade hier zurück? Ich bin doch gar nicht mehr lang. Hopp. Hopp. Dann halt hier, hopp. Und hier runter. Und hier weiter. Das könnte auch irgendwann mal eine neue Fähigkeit vertragen. So. Ah, hier wird es weiter. Kette zerbrochen. Das war nicht so toll. Aber hier ist ein Weg nach unten. Was soll das hier alles sein? Ja, das ist, glaube ich, das Kriegslage. Wirklich? Die Herausforderungen und Kreaturen within sind unlike anything you've dealt with before. Death will come swiftly, if you are not prepared. I think I've heard of these Arenas. It's rumor, they contain precious treasures. Hey, your memory is coming back. Just little bits here and there. Think we should go in? Hoffentlich hast du nochmal gespeichert, ja. Erste Arena, hä? Willkommen in der Wittkopf-Arena. Bebsiege deine Feinde und zerstöre Lampen, um Punkte zu erhalten. Wenn deine Feinde bei dir Schäde verursachen, werden dir Punkte abgezogen. Wenn du den Geldkampf schneller liegst, bekommst du einen Bonuspunkt. Viel Glück. Also. Also. Ah ja, okay, damit werden wir zurückteleportiert, aber ich will mal in dieser Arena. Sir, Sirre, ja, wie auch immer, Prüfung. Okay, diese Lampe kann ich nicht zerstören. Ja, das sieht nach Action aus. Und auch nach Erfahrungspunkten. Ah, Level Up. Äh, Verteidigung. Brauche ich immer im Glück mehr als Angriff. Au. Ah, diese Dinger kann ich... Ähm... Kann ich zerstören, um Punkte zu kriegen. Und das Geld lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen. Äh... Hör auf Feuer zu sparen, danke. Noch eine Lampe und noch eine Lampe. Ah, es gibt insgesamt fünf Stück. Wow, das hat den Riesen aber voll geerwischt jetzt. Au. Boah. Oh. So. So geht das. Cool. Oh, mir läuft langsam die Zeit davon. Also weiter. Im Programm. Noch eine Lampe. Das ist so zu sagen, wahrscheinlich anzeigen, wie weit ich schon gekommen bin. So. Dann hier runter. Oh, ein neuer Block. Oh, ich heim mich mal. So, Flammesäule. So, Flammesäule. Ich darf euch den Rest geben. So, letzte Lampe und wir sind durch. Und wie viele Punkte haben wir? Na, es reicht nicht ganz. Wir haben nur drei Sterne gekriegt. Keine vier. 1.500 Punkte haben uns gefehlt. Aber Wettkampf abgeschlossen. Gut. Kraftsalbe erhalten. Die uns nichts bringt, weil wir schon Zunderklinge haben. So, aber nun raus hier. Und zurück ins Dorf Europa. Inzwischen weit im Norden. Sir, die Präparationen sind näherlich complete. Wir haben noch ein anderes von ihren Campen gefunden, aber... Was zu... Was soll das jetzt sein? Aber es war desertiert, natürlich. Keep auf Ihre Suche. Sie sind irgendwoher. Und wir müssen wissen, wo das ist. Hmm. Of course, Sir. If das alles. Was sind die rumors, Commander? Ist es eine Wahrheit zu ihnen? Wir sind investigatet, Sir. Aber sicherlich Sie nicht glauben? Commander, es ist nicht Ihr Platz zu questionen, was ich glaube. Ein Moment der Glückwunsch nahe, und ich will Resultate. Wie Sie wünschen, General. Wo sind Sie, mein Freund? Warum schaust du von mir? Okay, ist das Gaius? Würde ich jetzt mal so tippen darauf. Guckt euch das da mal an. Fidget schläft. Das war aber ganz komisch. Das sieht richtig süß aus. Oh Gott. Zurück nach Aurora. Okay, das war jetzt eine interessante Zwischensequenz. Wir haben eine Koboldhaut. Wir werden aber sicherlich noch welche kriegen. So, erst mal den Bürgermeister halt los sagen. Oder erst einmal. Ah, mit K können wir das S schnell essen. So. Hallo, Bürgermeister. Ja, das haben wir auch, wenn die Konfrontation nicht so toll wie erwartet war. Er war genau da, wo du sagst, dass er sein würde. Ja, in Wahrheit, er scheint zu warten für uns. Hm. Warten? In der Mitte einer kleinen Stadt, entgegennt durch die Innocenten, er töntet. Oh nein, das könnte nur in Denham-Village sein. Habt ihr einen Geist? Entschuldigung, Mayor Bram, aber es gab keinen. Diese Kreatur, die in der Stadt attackiert, er war ein Kind von Lizard. Er war ein Wettbewerb, er sich nennt sich Fuse. Ein Lizard, ihr sagt? Hm, ein Moonglood vielleicht. Ich wundere, ob Ginger überhaupt nichts über das weiß. Ginger? Die Mädchen auf der Hölle? Seine Familie wurde fast ein Jahr in Zeplik-Village getötet. Ein paar Tage Reise nach dem Norden. General Gaius und seine Soldaten waren von Moonglood-Sympathisern. Oh, dann ist sie das Mädchen, was er gemeint hat. General Gaius, weißt du, wer sie ist? Und ja, dann ist das wirklich Gaius gewesen, wenn es heißt General, weil der Soldat hat ihn ja als General angesprochen. Na, weil sie mit Moonglood-Sympathis geholfen haben, denke ich mal. Wie er da gräbt, während wir uns unterhalten. Hm. Dankeschön. Mission aktualisiert Staub zu Staub, also das zu das. Das ist eine einzelne Hauptqueste. Okay. Kombo-Brecher, besser als nichts. Versteckt in der Kiste. Da ist der Junge wieder. Wir werden erstmal hier unten kurz speichern. Wie viele Schlüssel habe ich? Sechs. Okay, mit sechs Schlüsseln. Hat er vielleicht was Neues für mich? Willkommen zurück. Rüstung, Rüstung und Ring mäßig? Nicht Heizkette? Nö. Er hätte nur Materialien. Oh. Oh. Oh nein, da. Ja, mach das mal. Oh, das können wir machen. Wo ist er jetzt? Er hat sich nahe der westlichen Entrance der Stadt. Nahe dem Feld, wo du uns geschehen hast. Danke, Dust. Das machen wir doch gerne. Wenn wir nur kurz mit ihm sprechen sollen. Ich verstehe es nicht. Warum würde jemanden helfen, diese riesigen Läser Dinge? Dieser Fuse hat das ganze Stadt verbrannt. Weil sie uns für die Bösen halten? Du verstehst nicht, Fidget? Er war nicht so geboren. General Gaius und seine Soldaten haben ihn in diesem Monster. Ja. Und Fuse ist wahrscheinlich nicht der einzige, der von General Gaius' Hattest von der Moonblut. Wir sollten mit Ginger sprechen, um mehr über diesen Konflikt zu lernen. Da ist sie ja. Aber bevor wir das machen, mache ich erst einmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Tschüss.